Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000 und genau, ich muss mal wieder hier ganz kurz... Ja, wir waren ja beim letzten Mal, haben wir hier schon die Mission angefangen und genau, würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier weiter. Wir haben ja beim letzten Mal hier die Angriffe verteidigt hier, diese ganzen Angriffe und würde ich mal sagen, starten wir jetzt hier mal hier weiter. Ich habe hier gerade, einen Moment, ich habe hier gerade mal so komische Sounds auf meinem, so, okay, ich habe ganz komische Sounds auf meinem Handy gehabt, deshalb, ja. Gut, Freunde, das haben wir erstmal abgewehrt hier, die ganze Sache. Die Sammler müssten mal wieder hier sammeln. Freunde, so, was wollte ich bauen? Ich wollte Energie bauen, der, der Penner von den Harkonnen, der hat mir zwei Kraftwerke weggenommen und das kann jetzt echt eine Zeit lang dauern, bis da, bis ich die wieder aufbauen kann. Oh Mann. So. So, der Söldner, der geht angreifen, okay. Der geht angreifen, hm. So, ich habe jetzt zwei Panzer hier zur Verfügung. Oh Mann, und natürlich zwei kaputte Sammler und Raketentürme, die nicht funktionieren, kein Geld zum Reparieren. Ach Leute, ihr seid so gemein zu mir. Ich kann nicht reparieren, gar nichts machen, ey. Ich kann gar nichts machen, weil ich kein Geld habe, ja. Super. Ich weiß auch noch eine Bombe, um das Manniken von dem Söldner platz zu machen, ey, das ist echt krass. Warum der hier immer angreifen geht, verstehe ich nicht. Wir brauchen die eigentlich zur Verteidigung, die Einheiten. Äh, naja. Ah, da kommt noch so einer. Ich brauche unbedingt Energie, ey. Jetzt kommt da noch so einer an. Wir sind bereit. Ich will mich da am besten raushalten, aber ich will, ich kann nicht. Ich muss hier die Energie haben. Der geht sowieso zu den Söldnern, okay. Ich glaube, die Söldner, die können den noch platt machen da, oder? Moment. Ja, alles klar. Gut. Der eine Panzer ist weg. So, die eine Energie ist auch fertig. Ist immer noch zu wenig. Ja, ja, ist immer noch zu wenig Energie. Ähm. Ich will verhindern, Freunde, dass der Söldner sagt, auf unsere Hilfe können sie verzichten, weil das ist Todesurteil. Dann macht der nämlich gar nichts mehr und dann haben wir drei Gegner gegen uns. Und das ist doch mal mega blöd. Komm, den kriegt der verteidigt, oder? Hier, diesen, diesen Brocken. Den kriegt der verteidigt. Ja, ja, den kriegt der verteidigt. Oder? Ja, du kriegst Verstärkung, alles gut. Den Brocken schafft ihr, komm. Ja, vor allem, wenn der so blöd ist, ja, ja. Ja, ja, den kriegt ihr. Den kriegt ihr, zack, geil. Alles klar, dann funktionieren gleich meine Türme im Meilen schon mal wieder. Und ich kann reparieren. So, dann repariert mal. So, zack, 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 zack. Alles reparieren hier, komm, alles reparieren. Zack. So, Freunde. Ähm, er kommt wieder. Hier unten. Allerdings nicht auf den Sammler diesmal. Das ist schon mal ganz gut. Gut, so, dann. Okay, dann kann ich ja jetzt wirklich endlich mal wieder eine Energie bauen. Ich brauche noch eine Energie, Freunde. So. So, gut. Der will doch auf meinen... Fahrt! Fahrt schneller! Mach den kaputt! Ich darf keinen Sammler verlieren, Leute. Gut, alles klar. Die hab ich abgelenkt. Sehr schön. So, die hab ich abgelenkt. Das ist schon mal gut. Sammler, komm mal zurück. Oho! Leute! Ich kann's mir nicht leisten, Sammler zu verlieren. Ah! Komm zurück! Du auch, Sammler, komm! Ich muss jetzt nämlich wieder Geld aufbringen, um einen neuen Sammler zu bauen. Mensch, ey. Das ist so krass hier. Ja, super. Mann, jetzt kommt da auch noch ein Schallpanzer. Was soll ich denn machen? Ich brauche unbedingt diese Kack-Sammler hier. Verdammte Kacke, ey. Das ist so schwer, Freunde. Die Mission ist echt happig. Geht mal hier unten damit. Das ist mir zu gefährlich hier. Schon unterwegs. Wir sind bereit. Ich hab jetzt natürlich kein Geld, um hier... ...den Sammler fertig zu kriegen. Da muss ich halt einen Raketenturm verkaufen. Wir wissen diesen hier. So. Dann sollte das jetzt hoffentlich ausreichen. Für den Sammler. Ach, Mann. Das ist immer so ärgerlich, Sammler zu verlieren. Jetzt kommt er von hier unten. Ich werd verrückt. Schon unterwegs. Ich werd verrückt. Jetzt kommt er von hier unten wieder. Ich muss Geld sparen. Ja, ja. Wir sind bereit. Ach, nicht auf den Sammler, Mann. Leute. Schieß doch. Ich bin hier grad echt ein bisschen überfordert. Das ist, äh... Ich bin hier grad überfordert. Ja, die Sadokas noch gegen uns, ey. Und sein Stützpunkt hat angegriffen. Okay. So. Jetzt steuere ich die Sammler manuell. So. Die müssen wir ein bisschen schneller sammeln hier. Belagerungseinheit ist nicht schlimm. Gegen Sammler. So. Dann ist der fertig. Alles klar. So. Dann sammle du direkt weiter. Ja, der geht auf den. Okay. Alles klar. Dann ein Manneken. Schieß mal da drauf. Da. Mal gucken, wie viel der Schaden der da machen kann. Haha. Sehr großen sogar. Okay. So. Da kommt ein voller Sammler. Das ist schon mal gut. So. Das speicher ich mal. Meine Güte, Freunde. Ja, wie gesagt. Zur neuen Folge hier geht's wieder, äh... Sehr, sehr... Wie soll ich das sagen? Sehr actionreich los, sag ich mal. Oh. Und das hängt gerade so ein bisschen. Das liegt aber auch an ihm, ne? Weil er sich jetzt mal ein bisschen nützlich macht. So würde ich sagen, speichere ich das nochmal. Gut. Okay. Freunde. Dann einfach jetzt erst mal Spice abernten. Das ist jetzt erstmal ganz wichtig. So. Der erkundet da die Karte für uns. Das ist schon mal ganz gut. Verschafft uns ein bisschen Zeit, um jetzt hier noch eine Energie zu bauen. Und so. Okay. Und am besten eigentlich noch ein Kampfpanzer. Und ich brauche auch eine mobile Einheit. Was macht der denn? Warum geht der jetzt... Warum geht der jetzt zu dem Imperator? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum geht der angreifen? Wir sollten uns eher verteidigen, Junge. Der repariert sich eh immer wieder. Also das bringt doch nichts. Oder ne? Wisst ihr was? Ne? Komm. Ich brauche einen Raumhafen. Jetzt kommt natürlich wieder eine Rakete. Oh. Fremen. Fremen, Freunde. Oh Gottes Willen. Jetzt kommt er mit Fremen an. Wenn der Sammler dann... Dann fahr da mal drüber. Komm. Jetzt kommt er mit Fremen an. Oh Mann. Da ist die Rakete. Und trifft nur meine Kaserne. Okay. Nur meine Kaserne. Oh, Leute. Ah. Das war nur meine Kaserne. Das ist nicht schlimm. So. Okay. Das war nur meine Kaserne. Ah, Leute. Ihr helft mir. Das ist sehr gut von euch. Das finde ich sehr toll von euch, Freunde. Boah. So. Dann schieß mal da drauf, da. So. Ah, genau. Lass dich schön platt machen. Von Manneken. Ah, so. Alles klar. Sammler, bleibt mal zu Hause. Hier sind mir gerade zu viele Einheiten unterwegs. Ja, natürlich. Pff. Na klar. Na klar, Typ. Ey. So. Okay. Gut. Äh. Kaserne kann ich wieder aufbauen. Ja. Mach ich auch. Erwartet. Dann sammelt ihr mal hier. Pff. Uiuiui. Jetzt. Da kam er auch noch mit Främen an. Die Rakete hat meine Kaserne platt gemacht. Jetzt gleich kommt noch ein Luftangriff wahrscheinlich. Uiuiui. Mach mal abbrechen. Ich muss die Gebäude zu Ende reparieren. Ja, seht ihr? Ich wusste es. Da kommt jetzt noch ein Luftangriff an. So. Ähm. Trifft aber nicht alles zum Glück. Und die Raketentürme machen einen sehr guten Job. So. Alles klar. Die Kohle brauchte ich zum Reparieren jetzt ganz einfach. Ach. Okay. So. Könnt ihr jetzt mal in Ruhe sammeln hier? Ach, Moment. Ich kann auch hier oben sammeln, ne? Das ist ein bisschen sicherer. Ja? Das mach ich beim nächsten Mal. Das mach ich jetzt. So. Ich brauch die Kohle jetzt, um die Sachen zu reparieren hier. Ja, wie ihr merkt, ich bin hier voll fokussiert in dem Spiel. Aber das muss auch sein. Das muss ich auch sein. Ach, Sadokas. Schaut mal, wie viel Schaden die machen. So. So, jetzt kann ich weiter reparieren. So. Zack, 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 zack. Und hier unten, das Ding war noch kaputt, ne? So, Kaserne neu bauen. Wüstentruppen. Mach dem... Ah, ne, das ist unsere. Okay. Gut. Ich dachte schon. Danach werde ich wieder weiter Raketentürme bauen. So, und ihr Sammler, sammelt jetzt mal hier oben, bitte. Das ist mir dazu unsicher, ganz ehrlich. Was war das? Hier ist wieder irgendwas kaputt gegangen, aber... Du sammelst mal da, bitte. Das muss jetzt schneller gehen mit der Kohle. Ich brauch jetzt dringend mehr Kohle. So. Nächster Raketenturm wieder aufbauen, Mensch. So, du kannst hier oben hinfahren. Genau. Was schießt denn hier die ganze Zeit? Alles klar, ich glaube, dann kann ich gleich hier unten meine Verteidigung aufbauen. Puh, okay, also hier oben ist sie jetzt verteidigt. Den einen Raketenturm, den werde ich jetzt noch aufbauen. Die können wir mit der Betonplatte da abschießen. So, dann werde ich jetzt hier die ganzen Technikgebäude bauen, aber ich glaube, erstmal brauche ich, äh... Erstmal brauche ich noch eine Energie, ey. Ja, ja, ich brauche noch eine Energie. So, Freunde. Würde ich mal sagen... Äh... Oh, da ist jetzt ein Wurm, okay. Da haben wir jetzt die ersten Angriffe schon mal überstanden. Das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Das ist doch schon mal ganz gut. So. Ja. Gut. Jetzt glaube ich, würde ich sagen, äh, darauf erstmal ein Schlückchen, äh, Apollinaris Lämmen. So, der Wurm ist unten, okay, ich sehe es auf der Karte. Ähm, ja, Energie. Und jetzt hier tecken. Jetzt geht die Teckerei los hier. So, Freunde, jetzt, ähm... Oder wisst ihr was? Nee, 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 nicht tecken. Ähm, ich baue hier unten erstmal Verteidigung auf. Das ist wichtig. Ich baue hier unten erstmal Raketentürme hin. Das ist wichtiger, Freunde. Raketentürme sind enorm wertvoll hier. Die werde ich definitiv brauchen. Aber da kommt, wenn solange da nur ein Trik kommt, ist alles gut. Aber der kommt damit noch mehr Müll an, okay. So, gut. Gut, dann... Sammel schneller. Mal bevor die Einheiten dann ankommen. Bist du schon zu Hause? Genau, Freunde, so... So macht man das. Jetzt kommen hier unten weitere Raketentürme hin einfach. Ah, was hat der vor? Was hat der vor? Seinem Schallpanzer. Ei, 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 Freunde. Ei, ei, ei. Was machst du? Hallo? Äh... Das Manneken hat den Weg versperrt. Wie krass. Okay. Aha, seht ihr? Hier unten. Und keine Kohle. Warum? Sammler. Verdammt. So. Ich brauche hier unbedingt den zweiten Turm hier unten. Zack. Puh. Okay, so. Ihr verteidigt dann das, ja? Wo ist der Schallpanzer? Was macht der? Oh Gott. Jetzt kommt er hier unten an. Alter Schwede, ey. Leute. Tut mir doch nicht sowas an. Macht den mal kaputt da. So, jetzt den hier. Boah. Söldner. Helf doch mal. Scheiß Raketenpanzer. Ah, nein. Das wird nix. Ah. Verdammt nochmal. So, jetzt. Die ganzen Belagerungswaffen. Leute. Mach doch nicht sowas mit mir. Neue Türme. Okay. Was macht er jetzt? Er will auf meinen Sammler. Okay. Dann fahr nach Hause. Komm. Die hundert Dings. Ist nicht schlimm. Der Söldner hilft aber auch nicht, ne? Das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. Irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Spice-Sammler wird angegriffen. Boah. Zwei Belagerungswaffen. Drei Belagerungswaffen. So. Gut. Gut. Weiter. So. Okay. Ich brauche jetzt einfach Geld. So. Da kommt ein Wüstentruppen. So. Okay. Die kümmern sich da drum, ne? Ja, die kümmern sich da drum. Das ist gut. Jetzt kommt ein Wurm. Sehr schön. Wurm kann man ein paar Einheiten fressen. Finde ich. Wo ist mein anderer? Wo ist mein anderer Sammler? Ah, hier. Okay. Alles. Oh, nein. Och, Leute. Och, Sammler. Du bist doch so blöd. Jetzt fahr zurück. Das trifft wieder meine Kaserne, aber das ist nicht schlimm. Das ist egal. Nur die Sammler beschützen. Ey, meine Güte. So, dann fahr zurück. Fahr einfach so lange, wie es möglich geht, zurück. Och. So. Och. Ich könnte ja die Krise kriegen. Ey, wirklich. Das ist so schwierig. Das ist so schwierig. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Wobei. Die vorletzte Mission von den Atreides. Sehr schön. So muss das sein. Die vorletzte Mission von den Atreides, die war auch so schwer. Ja, ja. Die war auch schwer. Ich meine, da habe ich jetzt hier schon mal einen Raketenturm stehen. Gut. Die Kaserne lasse ich erstmal. Der hat sich anscheinend auf die Kaserne abgesehen, ne? Wir sind's bereit. Wir sind's bereit. Hm. Okay. Was mache ich jetzt am besten? Erstmal reparieren. Erstmal, ganz wichtig hier. Reparieren. So. Dann brauche ich... Danach bräuchte ich eigentlich noch einen Turm, aber... Die sind so teuer. 750, ey. Ja. Der eine Flieger, der kann schon gar nichts mehr... Abschmeißen. Das ist schon mal ganz gut. Nicht immer auf die Sammler, Mann. So, der andere kommt. Das ist schon mal sehr gut. Der wehrt sich hier oben ab. Das ist schon mal ganz gut. So, alles klar. Dann... Puh. Da muss ich mich jetzt erstmal drauf fokussieren hier, dass ich hier überhaupt überlebe. Okay. Gut. Was machen die denn? Schießen sie auf meine... Ach nee, da war ein Fregel. Okay. Oh man, Leute. Zwei Sammler im... Nicht-grünen Bereich. So, aber mit dem kann ich jetzt meinen Turm hier oben wieder aufbauen. Nee, verdammt. Und danach die Kaserne. Ja. Was macht ihr denn immer? Das macht doch keinen Sinn, was ihr da macht. Die fahren einfach hier rein. Keine große Hilfe, ey. Wirklich. Wie der Typ eben schon gesagt hat. Wir sind jetzt bereit. So, der ist jetzt immerhin wieder grün. So. Du fährst hier hin. So, Freunde. Kann ich danach die Kaserne wieder aufbauen. So, dann bin ich jetzt wieder auf dem gleichen Stand wie vor zwei Minuten, Leute. Oh Mann, oh Mann. Das ist ganz schön schwer. Ja. Die machen aber auch gar nichts, ne? Tut doch was. Ihr werdet da gerade abgeknallt. Naja. Wehe, der von da unten kommt jetzt wieder, ne? Also dann kriege ich die Krise. So, wollen wir in leicht die Infanterie kommen. Ich brauche einen Männiken für hier unten. Oder zwei Männiken sogar. So. Damit ich hier unten mal aufrüsten kann, die Verteidigung. So. Dann. Wenn ich hier unten noch zwei Türme stehen aufbauen kann, dann ist gewonnen, Freunde. Dann ist gewonnen. Wobei, ich kann das ja eigentlich auch so machen, ne? Genau. So habe ich ein bisschen Zeit gespart. So. Gut. Gut, Freunde. Ich muss die Sammler beschützen. Das ist ganz wichtig hier. Ich muss immer schön auf die Karte gucken. Äh. Was der Gegner macht, ja. Ja, ich kann mich noch erinnern. Die vorletzte Mission von den Atres, die war auch richtig schwer, Freunde. Richtig schwer. So. Ah, Fremen. Mensch. Egal. Die kriegen wir weg. So. Und weiterbauen. Schön weiter Türme bauen. So. Und fahr nach Hause. Sehr schön, Sammler. Gut. Alles klar. Dann haben wir jetzt hier unten gleich vier Türme stehen. Das ist schon mal sehr gut, Leute. Die brauchen wir auch hier. Die brauchen wir hier. So. Komm schon. Hier. Das ist jetzt der erwarte neue Befehle-Rap. Erwarte neue Befehle. Erwarte neue Befehle. Ich höre das schon wieder. Ah, okay. Das ist nur ein Wurm. Der lenkt die erst mal ein bisschen ab. Da kommen wieder Sadokas. Konstruktion bereit. So, Freunde. Wir haben hier unten vier Türme stehen. Das ist doch mal mega geil jetzt. So. Also so langsam kriege ich hier ein Standbein hin. Langsam kriegen wir ein Standbein, Freunde. Kommen hier noch zwei Türme hin gleich. Oh, das wird langsam knapp hier mit dem Platz, merke ich gerade. Shit. Das wird langsam knapp mit dem Platz. Weil ich hier so viele Energien brauche. Konstruktion, bitte. So. Aha. Seht ihr das? Unser Stützpunkt wird angeklappen. Brauchst schon mal einen neuen Turm. Ah, da ist wieder ein Raketenturm, der außerhalb der Range ist, ey. Verdammte Kacke. So, der versucht, sich platt zu fahren, oder was? Ja, ja. Oh, was ist hier alles los? Leute. Schieß mal auf den da hinten. Einer ist weg, okay. Ah, auch noch Sadukas. Mach den da kaputt. Ah, der hat so viele Raketenpanzer. So unglaublich, ey. Ja, gut, dann. Schieß doch auf den Sadukamenikin. Verdammt. So, aber der schießt zum Glück nur auf die Raketentürme. So viele Raketenpanzer. Verdammte Kacke. So, aber das geht. Das kann ich noch verteidigen hier. Sehr gut, die Sammler waren gerade zu Hause. Gut, dann brauchst du schon mal den nächsten Raketenturm hier. So, der hilft. Das ist schon mal ganz gut. So, hier unten stehen wieder drei Stück. Hier ist gar keiner kaputt gegangen. Das ist sehr gut. Okay, dann kann ich dann nachher weiterbauen, genau. Boah, die kommen aber auch, ne? Die kommen ganz schön, ja? Fahrt rein da. Okay, mach die Schaltpanzer weg. Die sind gef... Warum reicht das jetzt nicht für den Turm mit dem Geld? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum reicht die Kohle nicht für den Turm? Naja, egal. Geht hier sammeln, komm. Die machen den schon noch kaputt. So, hier haben wir drei Türme noch stehen, Leute. Puh, 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 puh. Okay. Boah, da habe ich jetzt schon wieder fast eine Stunde gespielt und immer noch kein Standbein, ne? Was schießt denn hier schon wieder? Was macht der denn? Guck mal, wie blöd muss man sein? Pfft. Och, jetzt kommt auch noch ne scheiß Rakete. Machen wir wieder die Energie platt oder was? Oder die hier? Lass mal gucken. Lass mal beobachten, was der genau platt macht jetzt von mir. So. Was macht der genau platt? Nichts. Nichts. Sehr gut, Freunde. Das war gut. Nichts. Okay, ich speicher das mal. Der Angriff ging ins Licht. Ja, wie ihr seht, der Angriff ist nicht sehr präzise. Der wollte, glaube ich, meine Waffenfabrik platt machen, aber er ist stattdessen hier gegangen. So, gut. Okay. Genau, dann lenkt den mal ein bisschen ab hier. So, sehr gut. Nein, was macht ihr denn? Macht den doch kaputt? Alter, die KI, ne, Freunde? Die ist so dumm. Wirklich. Ja, wobei, auf den Turm zu gehen ist nicht das Schlechteste. Seht ihr? Das ist nicht das Schlechteste mit Wüsten. Oh, okay. Zwei auf einmal. Okay. Sehr interessant. Eine Wüstentruppe hat zwei Panzer auf einmal gekillt. Auch geil. So, reparieren, reparieren, reparieren. So, weiter reparieren, Energie bauen. So. Geht immer hier oben jetzt hin, ja? So, da kommt wieder ein Luftangriff. Er versucht es zumindest. So. So. Aber das bringt nichts, weil ich hier Raketentürme stehen habe, Junge. Och, Manneken jetzt. Warum kann der da nicht durch? Das verstehe ich nicht. So, jetzt. Was? Ein Moment. Was, was war da wieder? Ah, der versucht es hier unten wieder, okay. Unser Schutzpunkt wird angekriegt. Ich muss hier wieder verteidigen, das Ganze. Wenn er wieder mit 10.000 Raketenpanzern da ankommt, ne? Und was machst du? Na gut, dann sammeln halt da. Sammeln halt voll im Angriff, voll vor dem Gegner, ja? Wenn er jetzt wieder mit 10.000 Raketenpanzern ankommt, ne? Dann ist das echt problematisch. So, dann fang doch an zu sammeln. So, dann kontrolliere ich den jetzt mal selber. So. Damit er schneller sammelt. So, komm, dann mach ein bisschen schneller, komm. Bisschen schneller. So, sehr gut. Gut, alles klar, dann fahr zurück. Puh, das haben wir verteidigt. Sehr gut. Weil der da mal nicht mit 1000 Raketenpanzern angekommen ist. So. Okay, dann haben wir hier noch. Zwei Sammler kommen nach Hause, das ist sehr gut, Freunde. Gut, wir haben noch drei Minuten. Bis der Part wieder vorbei ist. Ja, das geht ab. Da will ich auf jeden Fall schon mal hier die Verteidigung stehen haben. Ja. Oh, das ist wieder meine Lieblingsmusik. Die ist so krass, die Musik. So richtig schön, so brutal. Hm, aber die Taktik von dem Söldner ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich jetzt mal ganz ehrlich mal sagen. Also, den Gegner an seiner Basis schon schwächen, damit er uns nicht angreifen kann. Das ist gar nicht mal so dumm. Da sind Fräben. Ah, Leute. Hört doch auf. Nicht mit Fräben. Die Fräben, ey. Die sind so übel. Schieß mal auf den da hinten, ja. Jetzt geht der aus der Reichweite der Türme. Ich helfe. So. Das wäre wieder so typisch gewesen. So. Nächste Energie. Oh, das passt jetzt. So zum Marschieren, so. Oh, geil. Geil, Freunde. Geil. So. Ach du... Was? Egal. Das kriegen wir hin. Wir haben jetzt hier sechs Raketentürme stehen. Das muss reichen. Oh, ich habe kein Geld. Ich brauche die Kohle zum reparieren. So, dann... Ja. So, Sammler. Sammelt doch nicht so weit weg. Mann. Das ist gar nicht mal so schlecht, was der da macht. Ah, Raketenpanzer. Ich hasse sie. Der kommt wieder nicht in die Range, ne? Ach, verdammt. Dann, keine Ahnung. Ich kann nichts machen. Dann verkauf den halt. Verdammt. Verdammte Raketenpanzer, die nicht in die Range kommen. So, jetzt. Aber der muss doch in der Range sein. Zumindest von dem einen. Ja. Sehr gut. So. Dann kann ich mal reparieren weiter. Zack, zack, zack. Was macht der denn? Warum fährst du... Sind die dumm hier? Sind die Sammler dumm? Ganz ehrlich. Die sind so scheiße blöd. Das ist unfassbar. Die fahren einfach in die gegnerischen Einheiten rein. Unfassbar. Wirklich. Unglaublich. Wenn der jetzt stirbt, ne? Wenn der jetzt stirbt, ne? Leute, Leute, Leute. Der ist voll. Mach den kaputt, den scheiß Panzer. So. Ja, natürlich. So. Meine Güte, ey. Da fährt dieser Kacksammler wirklich... ...wie den Gegner rein. Das ist doch... Dammt noch mal. Fahr hier unten hin. Los. So. Da kann ich jetzt gleich die nächste Energie bauen. Oder was? Ja, nächste Energie. Werde ich brauchen. So. Reparier den mal. Und den auch. Passt schon so. Da ist noch ein Schallpanzer. Und ich merke... Und ich sehe gerade hier meinen Timer, Freunde. Das heißt... ...wie es hier weitergeht... ...würde ich mal sagen... ...sehen wir in der nächsten Folge. Wir haben hier einige Angriffe abwehren müssen. Und... Ja. Wem es gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Part wieder. Also bis zum nächsten Part. Tschüss, tschüss.